Musik Ich bin Coach und Unternehmerberater und natürlich auch Trainer, weil sich das eine häufig aus dem anderen in dieser Form ergibt. Musik Wegbegleitung, das heißt in erster Linie jemand auf dem Weg zu sich selbst, zur Selbstfindung, zur Selbstreflexion und zum Finden von Lösungen zu begleiten. Es ist immer der große Irrtum, dass ein Coach Ratschläge gibt, sondern ein guter Coach ist in erster Linie dann gut, wenn er Sparingspartner ist und Wegbegleiter. Musik Die Unternehmen-Mehrberatung. Warum? Weil Unternehmer häufig, gerade kleinere und mittelständische Unternehmer, häufig sehr einsam sind. Die sind darauf trainiert, qua Funktion oder weil sie eben häufig auch aus der Familie heraus schon so geworden sind, dass sie eben Chef sind. Und die Definition von Chef heißt, ich kann alles, ich weiß alles, ich mache alles richtig und kein Mensch weiß, wie es in ihm häufig wirklich aussieht. Ein diffuses Unwohlsein, ein Wissen, dass irgendetwas verändert werden soll. Eine Bereitschaft muss der Klient immer haben, nämlich die Bereitschaft, seine bisherige Denk- und Verhaltensweise in Frage zu stellen und gegebenenfalls auch die Bereitschaft, das zu verändern. Musik Ich war viele Jahre im großen Konzern als Geschäftsführer tätig, auch im Ausland als Letztverantwortlicher und ich habe da in dieser Zeit natürlich erstens auch viele Trainer und Coaches erlebt und ich bin gleichzeitig auch heute ja noch Unternehmer. Das heißt, ich weiß, wie Unternehmer und Verantwortliche denken und ich kenne auch die andere Seite. Wenn ich sagen soll, warum ich, dann sicherlich, weil ich außerordentlich empathisch bin. Dieser Begriff der Empathie, den kriegt man ja nur zurückgespiegelt. Man spürt es, aber letztendlich gibt es dann die Rückmeldung, dass man sagt, hey, das ist toll, das ist genau das, was ich meine. So fühlt sich das an, stimmt. Das heißt, dieses Einfühlungsvermögen in die Situation, das ist eigentlich das, was unter anderem das ausmacht. Musik Menschen glücklicher zu machen, zufriedener zu machen, wenn ich da ein Stückchen bewegen kann, dann ist das ein wirklich befriedigendes Gefühl. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020